Es wurde jetzt schon so viel gesagt und ich glaube, die meisten Biker warten jetzt drauf, auch losfahren zu können. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei Frank Hemme und seinem Team. Es sind so viele Helfer. Wir waren gestern Abend noch hier bis zum Ende der Veranstaltung, deswegen ist meine Stimme auch noch nicht ganz so toll hier. Aber es war toll, gestern Abend und auch heute sieht es super aus von hier oben. Ich wünsche allen, die dabei sind, gleich einen wunderbaren Fahrt, weil tolles Wetter und vor allem, dass es keine Ausfälle gibt. Also kommt alle gesund wieder hierher. Bis dann. Tschüss. Bis dann. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020